Moin, aus Bremen, Michael hier. Apple hat während der Kino zur WWDC seine Vorstellung von künstlicher Intelligenz präsentiert. Sie nennen es Apple Intelligence. Habt ihr den Aktienkurs von Apple nach der Eröffnung der WWDC gesehen? Alter Falter! Darüber und über Apple Intelligence müssen wir reden. Also los geht's! Apple Intelligence soll unsere Erfahrung mit dem iPhone und dem Mac grundlegend ändern. Dann schauen wir uns mal eben im Schnelldurchlauf an, was die KI von Apple so kann. Bis zum nächsten Mal. Wow, ja, das wird einiges ändern. Aber Apple hat uns nicht alles gesagt, beziehungsweise nicht sehr deutlich. Also sortieren wir das Ganze mal. Am Abend der Keynote hat der Konzern unter anderem die erste Beta von iOS 18 für Developer rausgehauen. Übrigens, im Detail beschäftigen wir uns damit nächste Woche. Das mit der Beta machen sie in der Regel immer so. Ich habe die hier mal auf mein iPhone installiert und... ...richtig. Nichts von Apple Intelligence zu sehen. Das ist aber auch ganz logisch. Craig Federighi hat es in einem Nebensatz erwähnt. Apple bringt seine KI erst im Herbst und dann auch nur auf Anmeldung auf die Geräte und auch nur, wenn man die Sprache auf Englisch umstellt. Die anderen Sprachen, so vermutlich auch Deutsch, kommen dann erst im nächsten Jahr. Das ist schon einigermaßen enttäuschend. Und zwar, weil der Part mit Apples KI, sie nennen es auch Personal Intelligence, dazu gleich mehr, den größten Raum in der Keynote eingenommen hat. Man bekommt den Eindruck, das sei alles mit sehr heißer Nadel gestrickt, wenn sie nicht mal eine Beta-Version davon haben. Ganz weglassen konnten sie es aber wohl auch nicht, denn dann wäre das ganze Event eine noch größere Enttäuschung geworden. Dem Aktienkurs von Apple hat die Ankündigung aber sehr gut getan. Apple war mit einem Schlag kurzzeitig wieder das wertvollste Unternehmen der Welt nach Marktkapitalisierung. Vor Microsoft und Nvidia. Ob sich der Schwung der Aktie allerdings halten lässt und damit die Position von Apple ganz oben in der Rangliste, vermag ich angesichts der enttäuschenden Beta nicht vorherzusagen. Nun gut, Aktienkurse spielen ja auch oft eine Hoffnung wieder und von daher hoffen wir mal, dass Apple nun liefert. Schauen wir uns mal ein paar Aspekte von Apple Intelligence etwas genauer an. Beschäftigen wir uns am besten gleich mit dem Elefanten im Raum der Kompatibilität. Laut Apple bekommt Apple Intelligence nur das iPhone 15 Pro und alle Macs mit M-Chip. Ältere Geräte mit Intel zum Beispiel oder auch mein iPhone 15 ohne Pro kommen nicht in den Genuss. Das hat schon für einigen Missmut in den sozialen Netzen gesorgt. Apple würde das machen, damit sie die Leute dazu bringen, ein neues iPhone zu kaufen, war zum Beispiel eine Meinung. Es sind vermutlich aber immer noch zahlreiche alte Modelle im Markt. iOS 18 selber gibt es noch zurück bis zum iPhone XR, also XR. Die schöne, bunte, neue KI-Welt von Apple aber eben nicht. Zumindest ist das der aktuelle Stand. Aber selbst mein uralter Mac Mini von 2020 bekommt noch die neueste KI von Apple. Also wenn sie dann im nächsten Jahr nach Deutschland kommen. Die Frage ist, warum diese Entscheidung wirklich getroffen wurde. Ich gehe davon aus, dass neben der Rechenleistung, der sogenannten Neural Engine, die ja für KI zuständig ist, auch der Arbeitsspeicher eine Rolle spielt. Sogenannte Large Language Models, wie für generative KI wie der von Apple zum Einsatz kommen, benötigen nicht nur Rechenleistung, sondern auch viel RAM, um schnelle Ergebnisse zu liefern. Apple wird einen Teil der Berechnung auf den Geräten ausführen. Das angesprochene iPhone XR aus dem Jahr 2018 hat nur 3 GB RAM. Im Vergleich dazu hat das iPhone 15 Pro Max, das zu diesem Zeitpunkt aktuelle Modell von Apple, 8 GB. Das Vorgängergerät, das iPhone 14 Pro Max, hat nur 6 GB RAM. Alle Macs mit Apple Silicon haben mindestens 8 GB. Das könnte eine Erklärung sein, warum Apple ältere iPhones von Apple Intelligence ausschließt, die älteren Macs aber nicht. Mindestens 8 GB RAM sollten es sein, lieber sogar mehr. Apple Intelligence wird von Apple auch Personal Intelligence genannt. Der Konzern ist der Ansicht, dass die bisherigen KI-Systeme, wie zum Beispiel ChatGPT, zwar gute Leistungen bringen, aber eben wenig bis gar nichts über uns als Anwender wissen. Das macht sie zwar zu guten Allroundern, aber wenn es um die tägliche Organisation unseres Lebens und der ganzen Chaos-Sachen auf dem iPhone geht, sind diese KIs relativ nutzlos. Wisst ihr übrigens, was nicht nutzlos ist? Das ist ein VPN von NordVPN. Damit könnt ihr zum Beispiel bares Geld sparen. Gerade die Buchungsseiten von Hotels oder Autovermietungen zeigen manchmal niedrigere Preise an, wenn man sie aus dem Ausland aufruft. Ich habe neulich ein Hotel in Las Vegas gesucht. Drei Nächte wollte ich haben, auf der Buchungsseite wurde mir ein Zimmer für 580 Euro angeboten. Ich habe mich dann mittels NordVPN mit einem anderen Land verbunden und zack, auf einmal hat das gleiche Zimmer nur noch 380 Euro gekostet. Manchmal muss man da ein bisschen suchen, aber in der Regel geht immer was. NordVPN verschlüsselt aus dem eure Daten und die Server sind diskless. Das heißt, da werden keine Logfiles oder sonstige Sachen gespeichert. Wir haben einen super Deal für euch rausgehauen. Den bekommt ihr über den QR-Code hier auf dem Screen oder mit dem Link unten in der Videobeschreibung. Ihr könnt NordVPN sorgenfrei testen, denn sie bieten eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie ohne Wenn und Aber. Probiert NordVPN einfach mal aus. Viel Spaß beim Hotel buchen. Apple Intelligence soll anders sein als die bisherigen Chatbots. Durch den enormen Bestand an Daten auf dem iPhone und den Macs soll das System mehr über uns und unsere Bedürfnisse lernen. Da Apple Intelligence hauptsächlich lokal auf den Geräten läuft, soll Apple auch die Privatsphäre schützen. Selbst wenn ein Einsatz von Cloud-Funktionen notwendig ist, sollen diese privat bleiben. Auch dazu gleich mehr. Ganz ohne Chat-GPT kommt aber wohl auch Apple nicht aus. Auf Wunsch könnt ihr eure Anfrage auch an den Client von OpenAI senden. Dieser ist erst vor kurzem in der Version 4.0 oder 4.0 erschienen. Der Vorteil der Nutzung über iOS ist, dass ihr keinen Account bei OpenAI braucht. Das Ganze ist fest im System integriert und kostenlos. Nun aber zur Cloud und damit dem Teil von Apple Intelligence, der kritisch beobachtet wird. Apple ist sich offenbar der Tatsache bewusst, dass nicht alles, was die KI so berechnet, auf dem iPhone oder Mac ausgeführt werden kann. Daher hat der Konzern eine passende Cloud-Server-Infrastruktur geschaffen. Aufgaben von Apple Intelligence, die nicht auf dem Gerät ausgeführt werden können, sehr vereinfacht dargestellt, werden die Ende zu Ende verschlüsselt in die sogenannte Private Cloud gesendet. Dort wird die jeweilige Anfrage verarbeitet und dann zurück ans Gerät geschickt. Wichtig zu wissen, die Private Cloud-Server arbeiten auch mit Apple Silicon Chips. Wie die genau aussehen, hat Apple aber noch nicht verraten. Die Server werden nur dann verwendet, wenn sie durch von Apple unabhängigen Instanzen als sicher zertifiziert werden. Auch das jeweilige Endgerät kann erst dann seine Anfragen, die sogenannten Prompts, an die Cloud-Infrastruktur senden, wenn diese als sicher identifiziert wurde. Apple bezeichnet die Private Cloud als weltweit sicherste Server-Infrastruktur für private Daten. Okay, was wollen Sie auch anderes sagen? Die Private Cloud und deren Server können ein weiterer Grund sein, warum Apple Intelligence noch nicht und in manchen Ländern erst sehr viel später auf die Geräte kommt. Ich meine, die Rechenzentren und die Chips müssen erst gebaut und produziert werden. Alles in allem kann man aber zwei Dinge festhalten. Apple nimmt die KI jetzt deutlich ernster als noch vor ein paar Jahren. Allein die Verbesserungen von Siri werden das Erlebnis iPhone deutlich besser machen. Außerdem ist die Integration von Apple Intelligence in das System sehr gut gelungen. Die Textfunktion und die Möglichkeiten der Bildgenerierung sind nicht nur spannend, sondern sicher auch sehr hilfreich. Ob die generierten Emojis, die Genmojis, nun der Weisheit letzter Schluss sind, muss jeder für sich selbst entscheiden. Auf der anderen Seite muss man aber auch feststellen, dass Apple sich mal wieder als die Ankündigungsfirma gezeigt hat. Apple Intelligence, das neue Siri und viele der schicken KI-Funktionen sind einfach noch nicht fertig. Man bekommt den Eindruck, dass der Konzern das alles sehr schnell und mit heißer Nadel gestrickt hat, damit auf der WWDC immerhin irgendwas gezeigt werden konnte. Das ist ein bisschen enttäuschend, auch wenn das neue iOS Hoffnung macht. Immerhin, dem Aktienkurs hat es offenbar nicht geschadet. Habt ihr die Keynote gesehen? Wenn ja, was haltet ihr denn von Apple Intelligence und der ganzen Situation? Lasst es mich gerne unten in den Kommentaren wissen. Like und Abo nicht vergessen und tschüss. Das ist ein bisschen enttäuschend, das ist ein bisschen enttäuschend.